Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planezeit 2. Mit dabei ist der Zapp. Hallo. Und ich bin auch dabei. Und natürlich ist auch der Boss of Killing dabei. Hallo, Boss of Killing! Er kann leider nichts sagen. Er ist stumm. Er ist stumm wie ein Fisch. Fisch ist stumm? Ein Fisch ist stumm. Okay. Wie der was dazu gelernt? Lernen bei KK. So, ich komme mal mit dem Lightning jetzt an. Moin! Moin, genau, er hat gestiegen. Aber trotzdem ist er stumm. Ganz so stumm ist er doch nicht. Naja, wo sind denn die? Da sind die! Da sind die! Hier, hier, da wo ich renne. Hallo, Freunde! Ja, du kriegst direkt eine Rakete ab hier. Ey, bleib doch mal stehen. Und tschüss! 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 Mist! Ah, ja, die bekommen mit dem Zerg reingefahren. Aua! Ach! Dann bleiben sie stehen oder schießen mich. Ich glaube, ich müsste mal umrüsten. Ich glaube, man könnte, kann man es wagen, mit dem Lightning rauszufahren. Ja, nee, nicht so. Ja, nö, nö. Na, nicht so. Ich bin gerade mit dem Lightning rausgefahren. Ich bin gestorben. Naja. Okay. Ich versuch's trotzdem. Okay. Ganz vorsichtig. Ganz langsam. Ich komme mit Raketenwerfer jetzt angerückt. Ja. Na ja, da hinten. Das ist so'n... Na, 3er Zerg. Ja, 3 Sundys. Ja, ein kleiner Scheiß-Sundys. Kommt, 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 kommt. Glocki. Und dann muss die Falle zuschnappen. Welche Falle? Okay, scheiße. Also, sie kommen jetzt alle zu mir. Wenn ihr sie töten wollt, dann jetzt. Fress sie! Also, den ersten, den vorderen, kriegen wir den? Nein. Kingen wir nicht. Aber wo sind die? Die stehen jetzt alle bei der Fahrzeugdings. Dann ruft er, ruft er. Da, wo ihr seid. Ja, klar! Ich hab doch geschossen! Nein, das trifft nicht. Überhaupt nicht. Nein. Aber, 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 aber. Ach, jetzt kam die noch Luftunterstützung. So, jetzt nicht mehr hier, weil. Ich fühl mich, ich fühl mich leicht verarscht von denen. Oh. Hallo, wir wollen doch nur hier friedlich siedeln. Und dann muss diese ganze Terrorquatch hier schon wieder anmaschinen, oder was? Ach! Aber wir gehören, die alle verbannt, hab ich gehört. So, wo ist er jetzt, der Todes-Sani-Squad? Irgendwo, nirgendwo. Er hat sich gerade selbst verletzter Typ. Ja, Bruder. Das ist gut. Ja, denn ich werde jetzt mal kurz auf böse sein. Und ich leg dir ehrlich, ich bin jetzt Mieten einfach unter dem Arsch. Ja, das ist doch gut. Ach, du hast ihn! Oh, du hast ihn gekannt. Oh, das ist gut. Sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist nicht schlecht. So, da hinten fahren sie wieder. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an so ein breites Echt-Strategiespiel, wo die gegnerischen Panzer immer im Kreis waren. Weißt du, dann... Ja, ne, ne, ich weiß schon, was du meinst. Aber die haben aber auch reines Schönes. Das wird aufgenommen. Das ist Honey behind me. Ja, ja, I know, I know. Aber ich will denen jetzt hier mal ein paar Mienen einfach am Arsch hinlegen. Dann machen wir jetzt hier eine Falle. Yep. Aber die Strategie, das muss ich den Jungs mal zeigen. Die haben wirklich eine sehr gute Strategie gebaut. Aber die sind weg. Die kommen vielleicht gleich wieder, wer weiß. Ey, ihr flitz... Ja. Wir kommen wieder? Okay. Gut, äh, dann... Raketenwerfer raus. Ja, wie ihr sagt, ich habe leider keinen Raketenwerfer. Ihn habe ich jetzt auch nicht mehr. Dann schmeiß Munition hin. Dass wir... Ja, ich schmeiß aber Muni hier hin, also. Ja, ja, hier hin. Gut. Okay. Ähm, Boss hast du denn, ähm, oder Killing, oder? Nee, Killing hat, äh, ist gerade als Sandi. Ach, als Sandi. Äh, also ein Täter. Als Sandi. Ja, ein Sandi. Ein Sandi. Ein Sandi. Wie kann ein Mensch denn ein Fahrzeug sein? Kannst du mir das mal erklären, bitte? Wieso kann ein, äh, ein Sandi? Achso. Ja, das ist schwer. Weevers auf unserem Gebiet gelandet, aber lassen wir den, der hat uns nicht gespottet. Wo ist er denn? Kannst du in der Nähe oder weiter weg? Der war auf dem A-Punkte, ist er gelandet. So. Da, wo es qualmt? Da, wo es qualmt richtig. So, mal. Entschuldigen Sie. Wir haben für Sie eine schöne Falle gebaut. Und würden Sie jetzt bitte mal kommen? Na, toll. Die haben gesehen, dass du Mien gelegt hast. Ja, klar. Die sind abgedaucht. Dann holen wir uns jetzt den Miever. Der ist auch weg. Oh, deine Freundin hustet wieder. Eieiei. Ja, die hat sich, ähm, eine dicke Erkältung eingefangen. Gute Besserung, Freundin vom Sepp. Das war die gute Besserung. Vielen Dank. Die sagten, vielen Dank. Ach, Gott. Nein, die haben da Mien gelegt. Ach, scheiße, ey. Bist du mit dem Fahrzeug gespawnt? Ja, warte, bevor ihr irgendwas spawnt. Erst Minen räumen. Ja, ich mache hier mal kurz, äh, mit meinem Teil einfach, laufe ich mal kurz hin und her einfach und gucke, ob hier Minen sind. Mm-mm. No Minen. Keine Minen mehr? Keine Minen mehr. Hast du alle schon mit deinem Fahrzeug weggeräumt? Das war auch effektive Beseitigung vom Mien. Hm. Warum nicht? Ja. Weißt du was? So. Ich habe jetzt noch ein bisschen Lust. Wo drauf? Ach so, Rauch. Aber es sieht so schon gar nicht schlecht aus. Da kann man schon ordentlich was mit machen. Ja, wollen wir zum nächsten Punkt abrücken? Ja, schade, schade um die Minen, da muss ich jetzt ehrlich sagen, aber... Aber du kannst die doch jetzt nachrüsten und dann um den nächsten Punkt fliehen. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment, Moment. Ich habe gerade Minen entdeckt. Ach so. Ähm, wenn es geht, holst du ein neues Fahrzeug holen. Ich kümmere mich gerade hier um den Minenräumdienst. Aber hier sind es sonst keine mehr, ne? Nop. Ne, gut aus. Ja, Moment, dann holen wir deinen Sundy. Oh ja. Aber die Formation als Dreieck, die war interessant. Da haben wir vorne dran, sehr schön. Ah, cool. Demonstrationsrammer oder was? Cool, cool. Ah, hinter uns kommt der nächste, Sun, angerollt. So. Jetzt musst du uns nur sagen, wo... Ja, 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 ja. Ja, ja, komm mal da. Hier drücken Richtung Bastion. Weißt du was? Wir machen einen Dreieckensprint. Wir fahren jetzt nicht offensichtlich zur Bastion. Wir fahren an der Bastion vorbei Richtung Lipkop-Centrum und dann weiter Richtung... hier Lipkop-Centrum, wir fahren dorthin. Genau. Wir spielen jetzt, ärgern wir mal die anderen. zum Central. Wir fahren zu Central. Na, wir auf Minen achten. Ja, ja, Minen achten, das ist entscheidend. Hast du einen Kaminschutz irgendwie vorne drauf? Ich glaube nicht. Nee, schade. Habe ich aber auch nicht, keine Sorge. So, hier fahren wir mit Vollgas... Oh, da vorne kommen die, da vorne kommen die und Feuer drauf! Das ist aber nur ein einzelner. Der hat in die Quallung runtergerammt. Aber er fährt noch. Der Quall bewegt sich. Dann nach hinten runter. Wir fahren hinter uns runter und jagen den. Aber der Geschützturm ist auch auch neu. Ja, deshalb. Ah, das sind unsere drei Verdächtigen. Ja. Der eine Quall. Ja, 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 ja. Immer in Bewegung bleiben, nicht dem bleiben. Aber wie die, die sind leicht so ein bisschen überrascht. Die denken sich, scheiße, scheiße, scheiße. Ja, dafür haben wir unsere Jäger. Haben wir in Sicherheit. Oh, da ist noch eine Infantrie. Ja, krieg ich die. Nein. Halb so schlimm jetzt. Fahren, 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 fahren. Du bist mitten im Geschütz. Fahr, 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 fahr so schnell wie du kannst irgendwo hin. Verstecken ist gut. Und aussteigen. Und alle bitte einmal U drücken. Ein bisschen herumrennen. Verteilen und wir verziehen uns von hier. Ja, ich bin jetzt hier bei den Bäumen. Ja, aber ich bin schon gespawnt. Ja, ich bin dabei. So, bei Letcore ist ein Sunday, das spawnen wir. Das spawnen wir dann mal. Gut, ich komme wieder schwerer. Okay. Ich bin immer noch als Mechaniker da. Mechaniker. Der Michee von der Michee unter den Arne kam. So, warte, mich jetzt muss man gerade überlegen. Die Base geht wie hoch. Daran, wir laufen bitte in die Richtung. Oder, warte mal. Wie kommen wir hoch? Den kleinen... Kennt jemand sich hier aus? Ich bin durcheinander. Ich glaube hier den Padd hoch hier. Okay. Wir folgen Sepp, oder? Wir folgen Sepp, ja, wir folgen ihn. Ich glaube hier geht's hoch. Den Punkt erobern wir schon, ne? Ja, aber trotzdem. Oder geht's hier doch nicht hoch? Doch, hier. Hier. Und dann hier rum. Okay. So ein bisschen... Schlangenfahrt. Ja. Ah, der Sunday wird auch noch vorne verrückt. Gut, so wissen. Ah, shit, shit. Sorry, sorry. Achso. So, ich setze mich mal hier hin. Ich nebe uns mal hier... Ich nebe mal den kurzen Sicht weg. Warte. Okay, warte, das ist immer noch der Heilschirm. Achtung, Zweikel gespawnt. Aua, von hinten. Einer down. Ja, und ich auch. Wenn du möchtest, kannst du da oben, wenn du es überlebt hast, das war und euch noch sitzen. Ne, bin dauernd bei der... Was ist das denn? Ich hab da drauf geschossen. Imeckern nicht. Ich denke nicht mehr nach. Nein, ich sponke jetzt woanders. Ey, wieso hat der denn den Sunday? Den Sunday hat er dem und hier ist doch nicht wahr. Wir können hier beim, äh, Waven Landing spawnen. Ja. Und von da aus dann nochmal mit dem eigenen Sunday hinfahren. Waven Landing, ach man. Das ist doch nicht wahr, ey. Ja, aber da muss ich zuerst kurz das Termin empfangen. Passt auf, vorne ist ein Panzer. Das Terminal gehört quasi hier. Schau dir bitte mal ein Gefallen. Lauf nie in die Schüsse von deinen Kollegen rein. So. Habt ihr den Lightning vorne gesehen? Ich hab ihn grad auf dem Radar gesehen. Das ist aber glaub ich kein Lightning, sondern, ähm... Im Van, im Van, nicht gut, stimmt. Aber der fährt die Brücke hoch. Und, ja, gut. Ich komm mit einem Lightning jetzt hinterhergefahren. Okay, du holst einen Lightning. Konnte man da einen Mac weiterholen? Oder ich hole mal hier... Mac weiter kann man auch holen. Aber ich hole was zum Sporn. Sporn? Ja, ich muss mich mal hier kurz verschanzen. Ich hole was zum Sporn. Ähm, warte mal. Bitte einsteigen. Ne, 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 ne. Äh, Lightning. Killing, kannst du mein Lightning einsteigen? Boah, steig in Lightning. Wichtig, steig bitte. Dort ein. Gib mir mal Feuerschutz. Ich, äh, hole mir das Terminal gerade. Äh, ich, äh, heile mir das mal hoch. Und danach bombardieren wie ihm weg, wenn er dann noch steht. Ich rate, der steht nicht mit. Der ist weggefahren. Okay, ich fahr mal hinterher. Er ist aus der Reichweite gefahren. Wurzeln. Wurzeln. Danke. Gott, bitte. Äh, killing nicht so weit vor. Wobei, lass ihn, lass ihn. Er ist sehr leid. Ähm, Lads kann fahren. ganz kann weiterfahren. Konntest weiterfahren. Ich dachte nur wegen Reparatur vielleicht oder sowas. ach der hat da drin autorep hat da drin sowie aktiv ich habe ja ich habe ja mein leidings und ein mann fahrzeug umgewandelt er eigentlich eher für hier für fliegerleinen zuständig ist aber ab und zu muss ich den leiden doch schon nicht ja noch mal ein bisschen reparieren hallo wir sind wieder da guten tag da sitzt glaube ich doch da sitzt er ja dran weil er schießt auf die flieger er kann ja nicht runter schießen deshalb sehr gut so wir bleiben jetzt hier mal ein bisschen stehen wir machen jetzt erst mal oben ein bisschen alles kaputt wenn es geht ja weiter okay sind jetzt leicht geschockt erst mal denkt sich okay jetzt geht schon wieder alles zu bruch reparieren denken die sich sicher aber wird jetzt gerade schön gezogen am besten hier an der seite untere ebene dann haben wir noch einen kleinen vorteil hier unten falls da oben wieder alles zerstört wird können wir haben immer noch unten nachts bohren weil das nicht gut geht oder weil ich weiß dass ich meine mein 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 gehirn sind lässt nach komm hoch ja ja wir kommen zu fuß ist hoch ja wir haben hier noch mit fußsoldaten hinterher wir lassen uns an unten als zweite verteidigung stehen vielleicht verlegen wir haben gleich doch noch mal hoch so immer schön durch den nebel ja warten sie ich habe hier hier geht es nur runter hier ist der spornhäuschen ja warte batterien gibt es hier so ich baue schon meine sporn leichte noch zusätzlich auf und die sind da beim spornhäuschen unsere truppen ne da war gerade ein gegner naja ja ok schön bin down warte ok ja ja kommt sie 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 danke 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 aber von unten von unten von unten fand ich erst an die 7 6 wir haben es gleich ach so du wolltest mich grad wiederholen entschuldigung da da unten steht nein dann der weiter wir haben doch das fast erobert ok wir haben cent für geholt ja da steht nach wie vor der begegnung ist an die achte aber erst dann ja da kommt noch eine leichte unit hoch und irgendwas läuft ja und ich wurde direkt wieder von so ein paar irgendwas max mäßiges oder ist das eine von uns das weiß ich nicht ich glaube dass born leuchtest ja noch ja aber die ganze runden ist worden oder jetzt ganz oben im häuschen ne ich meine gegnerin ist von dort über das weiß ich nicht das weiß ich nicht naja die wurde auch zerstört so dann wieder sammeln wir uns so ein paar trüppchen die uns ärgern wollen wir müssen der kollege ja ich würde sagen wir bleiben jetzt noch hier und verteidigen besonders möchte ich das fahrzeug terminal wieder reparieren dass wir da mindestens unsere eigenen fahrzeuge runter bekommen ja das können wir machen aber ich würde sagen in der nächsten folge oder überhaupt nicht mehr bei das dann ja auch jetzt das war für heute würde ich sagen das war es für heute ok dann machen wir für heute sonst schluss es war um nicht wieder interessant für euch auch mit einem gefühlten bisschen mehr strategie strategie was schon mal interessant war weil ich eigentlich kein strategier bin naja wir sehen uns zur nächsten folge wieder wenn es heißt wieder dass wir alles wieder töten oder alles besiegen genau und bis dato wünschen wir alles gute bye bye und ciao Leute TschüüüS los Bis zum nächsten Mal.